Halli und hallo, willkommen zur nächsten Folge von Agros, zusammen mit Chris! Hi ho! Immer noch als Gast bei mir. Eigentlicher Gast bei mir. So, äh... Ganz gesehen. Machst du die Brücke hinter mir dazu? Da? Ja, gleich oder so. Okay, weil... Ich find's angenehm, über deine Brücke zu laufen, als außenrum über Jenny zu laufen. Über JoJoSmile und Anna. Macht ja nichts. Da fliegt jemand. Dürfte wahrscheinlich Bele oder so sein. Nein, es ist JoJoSmile. Oder JoJoSmile. Naja, auf jeden Fall hier. Zum-Ti-Da. Zum-Ti-Di. Jetzt auch noch er! Warum fliegen hier alle? Hoffentlich fliegst du runter. Wer auch immer das da hinten ist. Dieserjenige fliegt auf der einsamen Insel, auf der einsamen verlassene Insel. Boah, wer weiß, vielleicht hat er sein Nachtlager da aufgeschlagen. Oh Mann, Insel McBrownie. So. Oh mein Gott. Hier ist Sand. Was ist das? Sugar. Okay. Wo ist... Wo ist denn der? Was ist das hier? Oh. Er hat ein Haus hier. Ähm. Hi! Der hat ein Jetpack. Irgendwann abhauen. Alter. Alter. Der ist schon soweit. Hm. Ach ja. Ich glaube, ich sollte mein Haus weitermachen, als die anderen Stadtkunden. Beziehungsweise sollte er nicht weitermachen. Hatsch. Ja. Ja, wirklich jetzt. Und mit dem Essen wird's ziemlich knapp, deswegen sollte ich auch ein Feld anlegen. Und dafür brauche ich Erde. Und um Erde herzustellen, brauche ich... Blätter oder... Ähm. 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 Setzlinge. Blätter, Saplings oder sonstiges. Was man kompostieren kann. Du kannst auch Kürbisse und sowas kompostieren. Oder wenn du zu viel Weizen hast, das auch. Ja. Aber zu viel Weizen hab ich definitiv nicht. So. In der Hoffnung, dass da hinten mittlerweile das ein bisschen ausgebreitet ist. Da hinten. Stell dir vor, dieser eine Grasblock ist immer noch Grasblock und hat sich immer noch nicht verteilt. Ähm. Dann kann ich den Tipp geben. Oder eine Gießkanne. Wie heißt das auf Englisch? Ähm. Watering Can. Braucht ein Knochenmehl, ne Schüssel und ich glaub vier Steine oder so. Damit ähm wächst quasi alles schneller und ähm. Damit verteilt sich auch Gras recht schnell. Watering Can. Ähm. Ach, hier. Brauch ich Stone? Ähm. Stone. Ähm. Stone brauche ich. Das heißt, ich muss mir jetzt Steine farmen. Und das dann braten. Mal eins. Zwei. Kurz reinschauen. Drei. Vier. Fünf. Na komm, ich mach mal zehn Stück. Nein, acht langen. Definitiv. Acht langen. Da ist er. Leck dezent grad. So. Ähm. Die da rein. Was brauchen wir denn noch dafür? Ähm. Okay, da brauche ich einmal Holz bitte. Holz, 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 Holz. Und eine Schüssel. Mehrere Schüssel sogar. Okay. Und wie weit ist das? Äh. Und was ist noch gesagt? Ein Knochenmehl. Genau. Das hier anschauen. Vier Stück. Das heißt dann. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Okay. Jetzt einfach zum Wasser gehen und auffüllen oder wie? Mhm. Wow. Ganz genau. Wow, wow, wow. Verbreitet sich aber echt. Glaubst du, ich lüge? Ja, aber ich meinte echt schnell. Von Lügen will ich ja gar nicht sagen. Äh. Es verbreitet sich ziemlich schnell. Ich hab gedacht, das geht ein bisschen schneller. Aber jetzt ist fast das Ganze schon verdeckt bei mir. Na, kannst du mal sehen. Oh, so Geblümchen wachsen dann drauf. Ach, wie goldig. Und meine Hoffnung, dass da irgendein Viech spawnt jetzt. So. Aber. Aber, 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 aber. Ich wollte ja eigentlich. 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 Ähm. Ja. Ordnung forever. Jetzt bräuchte ich mein Magnet. Wo ist mein... Wo hab ich den Magnet jetzt hin? Eigentlich braucht man den nicht. Aber, da ich am Abgrund bin. Ähm. Wär's nicht so ideal. Wenn ich denn irgendwie so das Zeitliche segnen würde. Oder? Mh. Wäre suboptimal. Aber interessant für die Zuschauer. Aber interessant für die Zuschauer. Das ist doch weh. Ich geh die Bäume rasieren. Die Folge ist wahrscheinlich Bäume rasieren leicht gemacht. Mh. Vor allem sag ich jetzt alle Bäume rasieren leicht gemacht. Und später in der... Während ich die Videos rendere, denke ich mir nur... Hm. Wie nenne ich die jetzt? Mh. 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 Ich weiß nicht, nehmst du ein Vollbild auf? Oder auch so mit schwarzem Bein? Ich nehme immer mit Vollbild auf. Okay. Okay. Ach, mehr Spaß, hätte ich fast gesagt. Das bringt's einfach irgendwie mehr. Okay. Hm, 70%. So. Okay, ähm, genau. Holz. Geil, und schon hab ich einen Creeper auf der Insel. Das ist ja creepy. Das hast du nicht wirklich jetzt gesagt, nein. Ich hab doch nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Also kommst du darauf, dass ich was gesagt hab? Hab ich was gesagt? Hab ich was gesagt? Niemals. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas gesagt zu haben. Ich kann die Brücke einfahren. Nein, 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 nein. Ich hab dich gesehen, du scheiß Zombie. Du bist so scheiße, du scheiß Zombie. Du bist so was von scheiße. Alter! Wo spawnen die jetzt? Natürlich da, wo es nicht ausgeleuchtet ist. Wer hätte das gedacht? Bestimmt ich nicht. Alter, ich hab das, den Zombie auch noch gesehen auf dem Minimap nur noch. Der Zombie auf meiner Insel? Stopp! Das stimmt fast nicht. Mann. Und ich hab einfach nur noch drei Kohle. Ich geh gleich ins Bettortemus. So. Geht doch. Good morning! Brennt ihr Grippen. Oh verdammt, ich hab auch noch drei Hungerkeulen. Ich sollte mal gesessen. Was ist das Liest? Tja. Was für die Kiste? Achso, Ronny. Spendenkiste. Warum ne Spendenkiste? Weil Ronny ein armer Schlucker ist. An dieser Stelle schöne Grüße. An dieser Stelle werde ich jeglichen Kommentar jeglicher Art verkneifen. Jeglicher Art. So. Ich muss nur kurz das da hier so austauschen. Und damit so. Oh, da spielt einer Gary Smod. Oh, cool. Und ich bin's nicht. Ah, nein. Oh, ich spür kein Gary Smod. Also eigentlich schon, aber jetzt grad nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, so nebenbei Gary Smod zocken, also. So. Ähm. Bin ich grad dabei bin, kann ich ja noch mehr Zeug bauen, wenn ich grad Holz immer mit da hätte. Wenn ich Schiss hätte. Einmal so. Und dann mach ich noch ein paar Slaps. Oh, ich hab schon zwei Stacks sieben von, von Dirt her wieder. Was hast du? Ich hab schon wieder über zwei Stacks, ähm, an Dirt. Zwei Stacks? Komm vorbei, gib mir was. Ich lass es ja Dauer produzieren. Ach ja, okay. Dann ist es nicht sehr cool. Dann ist es was anderes. Stimmt. Ähm. So. Okay. Ähm. Hier hab ich noch ein paar Fackeln. Da fackel ich nicht mehr lange. Oh. Ja, die Witze werden auch immer flacher, ich weiß. Mhm. Aber ist okay. Man verkraftet das ja. So, ähm. Dann werde ich hier noch diese Oak Burrow noch aufstellen. Noch ein paar. Und hier. Und hier. Um eine H hätte ich ja geschrieben, geh anschaffen. Oh. Er kann was tun. Farmen. Denn ich kann jetzt in der Aufnahme ja auch schließlich was machen. Und. Während ich hier Erde produziere. Nimm bei Reden. Wie schön es doch ist, Erde zu produzieren. Lügnerin. Hä? Es ist cool, Erde zu... Das ist cool. Nur die Wartezeit. Nervt ein bisschen. Dezent. Leicht. So. Und das Ganze werde ich jetzt dann auch offscreen weitermachen. Das heißt, Erde produzieren. Und. Habe ich erwähnt, dass ich dann vielleicht noch Erde produzieren will? Habe ich das erwähnt? Ich glaube nicht, nein. Wow, du hast so viel. Naja, definitiv. So. Einmal hier. Zack. Ähm. Ähm. Nein. Falsch. Es war so. Hier. Loch. Da keins. Hä? Hm. 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 Ach, egal. Was denn? Egal. So, jetzt geh Samen ansäen. Kann man zumindest jetzt hier aus Holz so ein paar, äh, eine Hau machen? Eine Hau kannst du machen, ja? Okay. Müsste zumindest gehen. Ja, funktioniert. Und Samen. Ich sehe die Samen dann. Hm. Hust. Ah, echt schlimm heute diese Husten bei mir. Haha. So. Und. Hier. So, jetzt habe ich ein bisschen was angepflanzt. Komm, ich mach noch diesen Flützchen da auch noch hin. Eins, zwei, so. Und dann siebe ich mal die Erde. Mal schauen, was ich rausbekomme. Wenn ich die Erde siebe. Wow, ich habe ein Ember rausbekommen. Also jetzt nicht aus der Erde, sondern aus den Kies, der da drin war. Hm. Ich habe Stein bekommen. Wow. Ich bin geflasht. Flash Gordon. Oh. Aua. So, äh, wie viel Zeit haben wir denn? Bei 18 Minuten sind wir. Und umdrehen und nichts ist. Okay, das war's definitiv. Und ich gehe dann, ähm, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut bei Chris vorbei. Schaut bei den anderen vorbei. Besonders bei Chris, weil er ja, weil der einzige ist, der mit mir mitlabert, die anderen sind AFK. Ja. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Tschüss.